Hallo, 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 weiter geht's mit Kock, willkommen dazu, äh, am dritten Tag, beziehungsweise dritten Tag in Folge zu spät, es tut mir leid, jetzt denkt ihr bestimmt Lars, du vernachlässig nur, Kock, nee, heute habe ich sogar meinen Termin beim Friseur vernachlässigt, kam etwas zu spät, wieso, ihr kennt die Geschichten, was passiert ist, ja, es tut mir leid, dass der Part wieder etwas später kommt, aber jetzt bin ich soweit, bin frisch vom Friseur wieder da, frisch am Start, frisch gestartet, und sehe aus wie so ein, weiß ich nicht, als wäre ich unter den Rasenmäher gekommen, aber passt schon, das ist alles in Ordnung, es ist Sommer, kann man es Sommer noch nicht nennen, ne, es ist schon ziemlich kalt, egal, so, wir sind am Start, und wie ihr seht, ich habe es gestartet, ich habe ein paar Juwelen ausgegeben, ich hatte noch ein paar übrig, und habe jetzt zwei Magiatüme, die ich upgrade auf das Maximum Level Nr. 6, auch für meinen Rathausbereich, was ich sehr geil finde, ebenso bin ich dabei, im Labor den Blitzzauber abzugreien, was ich auch sehr cool finde, ich bin Gold 3, hallo, Gold 3, ich habe ein paar Drachen erstellt, denn wir wollen im Clankrieg etwas reißen, machen wir gleich mal ein bisschen angreifen da, ich hoffe mal, ich habe auch einen Drachen drin, Natalia, wunderbar, Level 2 Drachen, haben jetzt auch die neuen Drachen, das bedeutet, wir haben die Drachen geupgradet, Level 3 Drachen am Start, 10 mal Level 3 Drachen plus 3 Blitzzauber, die ich dabei habe, keine Wut und keine Heelzauber, ich hoffe, das passt, habe ich jetzt nicht daran gedacht, deswegen sollte es das Ganze so weit in Ordnung sein, und wir greifen jetzt erst mal und schauen, was dabei so rumkommt, ne, ich bin mal gespannt, Leute, sonst was Neues gestartet habe ich nicht, die Kaserne dauert noch 3 Tage, 13 Stunden, 1 Stunde, 38 Minuten ist da oben der Kollege Freddy, ich habe einen Bauarbeiter wieder frei, wo ich natürlich wieder ein bisschen was farben muss, wie man sieht, aber ich habe natürlich mich vorbereitet für den Clankrieg, mein erster Angriff wieder das Ganze, das bedeutet, ich muss den 2 auch noch machen, also werde ich gleich, ich habe noch 1 Stunde, 8 Minuten Zeit, den nächsten auch sofort in Angriff nehmen, beziehungsweise in Angriff nehmen, haha, nein, natürlich werde ich dann wieder Drachen produzieren, und den zweiten auch sofort machen, damit ich meine Sterne erhalte, so, was haben wir denn hier, wir haben einen Gegner, Rathausbereich, Level Nummer 8, 3 mal Level 4, nein, 2 mal Level 4, 4 und einmal Level 5 Abwehr, wir haben gelernt, dass die Level 5 Abwehr mit unserem Blitz noch nicht down geht, mit 3 Stück, sondern nur eine Level 4 Luftabwehr, deswegen blitzen wir einfach die hier weg und gehen von hier oben rein und hoffen, dass wir schnell die Level 5 Luftabwehr wegbekommen, das ist so der Plan, den ich habe, das versuchen wir doch, oder? Ne, wir gehen hier rein und, ne, wir gehen mal hier rein und werden das wegblitzen, ich zeige es euch, ich werde jetzt das hier wegblitzen, Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, der Lars ist der Beste, der hat 2 drauf, pass mal auf, jetzt blitze ich den hier weg, 1, 2, 3, blitz, 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 jawohl, weggeblitzt, jetzt gehe ich hier mit dem Drachen rein, und zwar von der Seite hier, so, reingenascht mit dem Drachen, der Level 2 Drachen auch, und jetzt habe ich die besseren Drachen, wie die wir nicht gespendet bekommen haben, haha, der Lars ist ja überragend am Start, überragend, ich hoffe, dass die Luftabwehr jetzt da nicht so krass durchdreht und wir einiges down bekommen, nein, schießt doch nicht, schießt doch nicht, wäre es doch schlauer gewesen, hier reinzugehen, ihr könntet mal gerne eure Taktik reinschauen, beziehungsweise was für ihn effektiver, als wegblitzt, von der Seite reingehen, oder lieber von der Seite reingehen, oh, Luftmide, aua, 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 die Barbank hole ich auch mal rein, da wollen wir eine halbe Stunde, bis da drin ist, heiał, da oben räumt die Luftabwehr auf jeden Fall auf, sie räumt auf, meine Damen und Herren, da ist eine Hexe drin, llega, geht, 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 meine Hexe, hier geht, 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 die geht, geht, geh weg, Hexe, das ist kein schlechtere Gegner, ja, Luftabwehr geht auch nur, bitte, 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 danke schön, oh Drache, danke schön, ihr seid die besten, eine Luftabwehr steht noch, wir haben noch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Drachen am Start, einer weniger. Rathaus ist da, ein Wunderbärchen. Der Bahnkult, ich denke, er macht mal was hier ein bisschen. Wunderbar, das könnten drei Sterne werden. Wenn wir jetzt noch die Luftabwehrstelle wegbekommen. Diese bitte jetzt da hinfliegen, dann das kaputt machen und dann wird es was werden. Bitte, 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 ja, ja. Jetzt geht es auf die Luftabwehr. Ihr beiden Drachen da, geht auf die Luftabwehr. Gebt bitte auf sie drauf, geht bitte auf sie drauf. Oh, einer reicht, einer reicht Drache. Oh, die Level-3-Drachen rocken hier alles weg, die zermalmen einfach diese Base. Ihr seht es, Leute, die drei Sterne spritzen in uns hinein, Leute. Es ist so grandios und supergeil. Drei wunderbare Sterne, oh, ist das geil. Der Bahnkult, ich geht da und scheiß auf den, weißt du, scheiß auf den. Wir haben den Drachen noch, noch so viele übrig. Level-8-Base, die fast gemaxed war. Na gut, nicht fast, aber da war schon einiges ziemlich krass am Start. Richtig geil mit den Level-3-Drachen. Ich wechsle die ganze Zeit mit Level-2-Drachen natürlich. Wir haben Level-3-Drachen mit Level-2-Drachen, wir sind überhaupt nicht so weit gekommen. Richtig cool, gefällt mir. Und das kann so weitergehen, Leute. Das kann so weitergehen. Ah, drei, oh, was ist denn hier los? Ich sehe ja gerade, haben wir gar keine Angriffspflicht? Kann das sein? Warte mal. Klagen war zu stark, keine Angriffspflicht. Oh, das habe ich. Immer das Gleiche mit dem Lars, egal. Na gut, dann werden wir den nächsten nicht angreifen. Ich habe mal drei Sterne geholt, wunderbar. Wir sehen, die Drachen zeigen, was sie können. Sie können auf jeden Fall einiges. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Wir werden wieder drei von denen herstellen. Ich habe nicht mehr viel Alexia. Ich werde dann anfangen, wieder etwas zu farmen. Das bedeutet, mit dem Bogenschütz und mit dem Barbaren, weil es ist ja keine Angriffspflicht, wie wir gerade eh mitbekommen haben. Ja, ich glaube, ich bin doch blöd. Diese Woche, also die Woche ist des Todes. Ich weiß auch nicht, da bin ich total durch. Ich kann es euch leider nicht sagen, wieso. Deswegen kommt die Bewertung auch, beziehungsweise das extra Video von Kog nicht. Ich hoffe, ab nächster Woche bekomme ich es wieder, beziehungsweise komme ich wieder klar und kann wieder einiges anrichten. Es tut mir die leid, dass die Parts etwas später kommen. Immer nach 16 Uhr. Jetzt wird es bestimmt wieder 17 Uhr oder sowas oder vielleicht sogar noch später. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze verzeihen. Ich bin Stufe 68 geworden, Leute. Hier oben seht ihr. 68 bin ich. Wenn das kein Nice-Wert ist, dann weiß ich ja wohl auch nicht. Nice. Und dann toib ich nach oben. Egal, was schreiben wir hier rein. Egal. Oh, egal, muss man schon schreiben können. Egal, was. Danke schön. Senden wir die Kacke mal ab. Dann läuft das auf jeden Fall. Und wenn wir das jetzt hier fertig haben in vier Tagen, haben wir zwei von den Magier-Türmen auf Level Nummer 6. Und die sehen so richtig geil dann aus, Leute. Passt mal auf, wie geil die dann aussehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie der Schaden sich erhöht. Wow. Von... Alter, Plus. Das ist ja richtig krass. Also das ist schon nicht schlecht, Herr Specht. Das gefällt mir. Ich muss die Mauern hochpushen. Ich liebe Level 8 Mauern. Viele sagen ja, Lars, scheiß auf die Mauern. Boah, die sehen so gut aus, Leute. Diese Mauern sehen so gut aus. Ich hab's schon so oft gesagt, aber die sehen einfach so gut aus. Ich hab 861.000 Gold. Ich würde natürlich jetzt gerne noch etwas sparen. Zum Beispiel 2,68 Millionen. Das ist natürlich noch harte Nuss. Und heute werde ich nicht mehr ganz so viel zum Farm kommen. Vielleicht morgen. Morgen ist ja Freitag. Morgen im Livestream. Aber der Bauarbeiter so lange einfach mal am Start lassen, ohne nichts zu machen, ist natürlich auch ein bisschen blöd. Vielleicht können wir in der Zeit eine Bombe upgraden für einen Tag oder sowas. Einen Tag eine Bombe hoch. Die kann nicht mehr. Was ist mit der Bombe hier? Die kann auch dauert einen Tag. Das wäre natürlich optimal. Hätten wir eine Million Gold. Werden wir jetzt mal zusammen farmen gleich. Leider werdet ihr es nicht mehr sehen, weil ich die Zeit nicht vorspulen kann. Wieso denn nicht, Lars? Die dauert auch einen Tag. Machen wir die halt. Riesenbombe upgraden. Bitteschön. Dann läuft das auf jeden Fall. Die Riesenbomben müssen auch geupgradet werden. Diese ist schon mal sehr hoch. Level 3 ist sie schon. Kann nicht auf Level 4. Sehr schön. Die geht dann auch auf Level 3. Dann ist die auch auf Max. Sehr gut. Ich hab die Bomben echt vernachlässigt. Die müssen auch ein bisschen hochgezogen werden. Hab's soweit, glaube ich, alle Minen, alle Sammler fast um. Du hast Level 5 Bar. Was ist denn los hier? Wunderbar. Ein Angriff. Schauen wir uns auch noch mal kurz an. Oh, Bogies ab Level 5. Hab ich gar nicht, oder? Doch. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, hab ich. Ich hab Bogies ab Level 5. Ich dachte schon gar nicht. Ich hätte das noch gar nicht. Aber hab ich doch schon. Wir schauen uns mal den Kampf an von diesem Kollegen hier. Was der gemacht hat. Verteidiger ist der 3 und plus 1. Und der Angreifer ist der Argon von die Zuschauer. Wie geht denn rein hier? Der lockt erstmal jemand rein. Und da sind 3 Teslas. Ich muss die Tesla auch noch hochziehen. Wenn die Magertümer auf Max sind, sind sie ja bald. Dann fehlt nur noch eine, was ich sehr geil finde. Einmal noch 2,6 Millionen Farmen. Dann sind die Magertümer auf Max. Und dann sind die Minenwerfer schon auf Max. Und dann fehlen nur noch die wunderbaren Tesla-Spuren. Und dann können wir uns schon mal auf die Bogenschützen- und Kanonentymer konzentrieren, Leute. Und dann haben wir bald die Abwehr. Na gut, die Luftabwehr fehlt noch, was sehr, sehr lange dauert. Aber wenn wir das fertig, Leute, sind wir schon mit den Mauern dran. Oh, wie das geil. Der Bahnkundig möchte ich auch gerne bald auf Level 5 fahren, weil es sehr, sehr geil wäre. Weil mit Level 5 war Warenkundig können wir etwas anrichten. Denn er hat nämlich diese wunderbare Fertigkeit, womit er durch Rage und total geisteskrank wird. Dann müssen wir irgendwann mal... Also, wenn wir das soweit haben, die Verteidigung auf Max, können wir versuchen, auch in Kristall irgendwie reinzugehen. Eine kleine Aufruhrjagd, sei wohl ich gerade zu sagen. Eine kleine Pokaljagd, dass wir in Kristall reingehen. Oh, gewonnene Beute. Ach, du heilige Scheiße. Du hast aber richtig den Loot in dich hineingesaugt. Wie so eine Schlampe, die ganze... Nein, Entschuldigung. Das ist natürlich richtig geil. Alter Schwede. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Oh, das ist ein geiler Loot. Oh, 309.000 und 260.000. Richtig klasse. Richtig genial gemacht. Glückwunsch dazu. Hast du so einen kleinen Inaktiven bekommen. Nicht schlecht. Tashback. Bist du auch gut reingekommen, hast du es dir verdient. Also, dann fehlen noch die Tester-Spulen hier. Level 3. Oh, er fällt gerade ein LKW vorbei. Level 3. Wir können auf 5, 6 oder so hochziehen. Wir dauern auch 6 Tage schon und 2 Millionen. Ei, 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 ei. Das ist wieder alles sehr teuer und noch alles sehr lange dauern. Und wenn wir alle, also ich habe ja schon gesagt, bevor ich die Mauern hochziehe, werde ich alle Verteidigungsanlagen, wie die Kanonen, die übrigens auch 3 Tage dauern, ja, hier, ne, Level 8 dauert 4 Tage, werde ich erst alles hochziehen. Auch diese Dinger hier, die müssen auch noch nicht, okay, die sind schon. Und dann werden wir uns erst auf die Mauern konzentrieren. Also, ich sage mal, alles hochziehen, was geht. Und als letztes kommen die Mauern. Dann werden die Mauern auf Level 8 gepusht. Push me to the limit. Piu, piu. Natürlich haben wir dann die Bauarbeiter ein bisschen in den Leerlauf stehen. Müssen wir schon vorher anfangen. Also, wenn wir die Luftabwehr upgraden, dann müssen wir so langsam anfangen, mit den Mauern hochzuziehen. Sonst wird das Ganze zeitlich nicht passen. Sonst stehen die Bauarbeiter die ganze Zeit rum und machen nichts. Also, deswegen müssen wir aufpassen. Also, das wäre cool, wenn wir alles, die Verteidigung alles oben haben. Dann müssen wir noch hier das Dunkle hochziehen. Den Bahnkundig auch auf Level 5, 6 möchte ich gerne haben, bevor ich gerade aus Level 8 gehe. Äh, Level 9 gehe natürlich. Das Rad aus Level 9 sieht auch sehr klasse aus. Mit Totenkopf drauf. Leute, oh Gott, wie viel Arbeit wir dann haben. Und wir bekommen die Queen. Ach, das sieht sehr geil. Wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Noch sehr, sehr viele Wochen, wenn nicht sogar Monate dauert es, reingehen. Der kleine Schritt ist gemacht. Mit dem Magerturm finde ich sehr geil. Jetzt finden wir noch halt dieser Magerturm. Der läuft auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin der Lars und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage, wie immer seid ihr ein Haufen super nicer Boys. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen im Livestream. Wenn ja, Ankündigungsvideo kommt. Reingehauen. Reingehauen und auf Wiedersehen. Tschüss. Nice.